Hey Leute was gab? Mein Name ist Eduardo Und mein Name ist Sima Nieder der Kamera schickt mein Schleswig Hi Wir machen heute eine Klautern Hausleben, wo ich mein Klautern Hausfunde Das heißt, da sind die Klauser, da ziehen sich rum Die Klauser und so Und, äh, dann, äh Ich hoffe nicht, ob ich schon rein kommen Wie ich dann? Ja Und wir sehen uns später Wir müssen uns machen Wir müssen uns machen Und das ist auch mit dem Klauten Und ich habe nur ein paar Kollegen In unserer Zeit, das ist anders Und wir wollen einfach mal nachgehen Und das stimmt Wenn das stimmt, dann kann man ja Und wenn das nicht stimmt, dann kann man ja Und dann kann man ja Ich hab mal bei mir und ich Und, äh, es wird auf jeden Fall ein Zweiter Park, äh, geben Diese Video Okay, wir sehen uns später So und hier sind wir auch noch ein paar Küste Und wir sind da Kollegen aus meiner Klasse und wir haben da die Klausel gesehen Guck mal da rein Da, wenn ihr was lösen könnt Rettende Lagerhaus Das ist ein Lagerhaus Da sind die Laufen von den Klauseltränen und die Krampus Sehr guck mal diesen Stock Das benutzen die Klausel Die Krampus Wenn ihr die einen Ausdruck oder sowas macht Wie ich kann, wie das heißt Also, man kann uns erkennen Keine Ahnung, da ist noch ein Raum Ich kann es nicht zeigen, weil ich kann Wo das Fenster davon ist Da ist der Und da sind die Laufen Also die Kostüme Guck Da ist Sigmann Ja, ist okay Warte Und komm mal Ich versuch hier rein Guck Wie seht ihr Leute Da ist eine andere Raum Und das ist von den Klauseltränen So, guck mal Ich versuch hier von den Klauseln So was Warte Hört ihr das Hört ihr das Hört ihr das Ja Scheiße Warte Oh mein Gott Leute, hört ihr das Ja Oh mein Gott Leute, scheiße Ich versuch hier Löke 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 Das war's heute.